Entweder die Banane ist da, wo sie hingehört Oder es hat nie eine Banane gegeben Aber was Nazan auch hat, ist ein riesen Quadratschädel Dass mich die Zeit mit der Carmen und dem Robert inspiriert haben und motiviert haben Etwas umzusetzen, was 2011 zusammen mit Maite Kelly seinen Ursprung genommen hat Wir haben meiner Meinung nach, muss ich wirklich sagen, im Nachhinein auch zu Unrecht So ein bisschen schlechte Bewertungen von Mr. Lambi kassiert Die trauen sich dann bestimmte Dinge nicht oder trauen sich es erstmal nicht zu Oder haben Angst vor vielen Dingen Aber nicht so Vanessa Mal Let's talk about Dance Exklusive Einblicke Packende Hintergrund-Stories zur aktuellen Let's Dance Staffel Spannende Gäste Der Podcast mit Profitänzer Christian Polanz Let's Talk Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk about Dance Und ja, es geht nochmal um Let's Dance Wir sind letztens stehen geblieben bei der lieben Carmen Geis im Jahr 2014 Und eine Sache, mit der ich auch direkt quasi in die Materie einsteigen will Ist tatsächlich, dass mich die Zeit mit der Carmen und dem Robert inspiriert haben Und motiviert haben, etwas umzusetzen, was 2011 zusammen mit Maite Kelly seinen Ursprung genommen hat Und was heute ein großer Teil meines Lebens ist Und zwar mein Dance-It-Programm Und diese Connection sozusagen hier zu finden Ich muss ein bisschen ausholen Ja, ihr wisst ja, labern Mein Metier Also, es war so Im Jahr 2011, als ich mit Maite Kelly getanzt habe Da war dieses Thema einfach sehr, sehr groß Dass, hey, Tanzen ist richtig Sport Weil die Leute haben für mich gefühlt zum ersten Mal realisiert Wie anstrengend Tanzen ist, aber wie toll es auf der Ja, zur gleichen Zeit einfach auch ist Dass man diese Anstrengung gar nicht so richtig merkt Und aber dieses Bewusstsein bei einer breiten Masse an Menschen Dass Tanzen wirklich Sport ist Und es kam eben über diese ganze Let's Dance-Geschichte mit Maite Da haben wir dann Tests gemacht mit so Atemmasken Wie viele Kalorien werden während dem Tanztraining so verbrannt und so Und es war auch eine Zeit, da war zwar Zumba zum Beispiel schon Gerade so in Deutschland auch auf so einem Hypetrain Aber ich habe mir damals schon gedacht Naja, irgendwie alles schön und gut Aber das ist ja nicht alles, was unser Tanzen ausmacht in so einem Programm Sondern es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt Und da hat es bei mir schon zu rattern begonnen Weil ich natürlich sehr fitnessaffin auch bin Schon immer war, seitdem ich zumindest zum Tanzen angefangen habe Davor eher weniger, wie ihr wisst Und da hat es in mir definitiv angefangen zu rattern in meinem Oberstübchen Und das hat aber dann tatsächlich einige Jahre gedauert Bis ich dann 2014 mit der lieben Carmen getanzt habe Und was ich von denen wirklich mitgenommen habe als Idee Ist wirklich Hey, wenn du eine coole Idee hast, hab den Mut Probier es einfach aus Und irgendwie, das hat mich motiviert Und da dachte ich mir, okay, ich habe jetzt seit 2011 Immer wieder so ein Schubladenkonzept, habe ich es damals genannt Also immer wenn mir was eingefallen ist, habe ich immer am Nachttisch Habe ich irgendwas gehabt, da habe ich was aufgeschrieben Und so weiter Und daraus sind viele DIN A4 Seiten gekritzelt geworden Und da dachte ich mir, okay, das hat mich jetzt motiviert Mir wirklich die Zeit zu nehmen, um daraus was zu machen Und das ist wirklich entstanden aus dieser Zeit Mit der Carmen und dem Robert Ja, so ein bisschen, die mich da mit dem Unternehmertum So in diese Richtung angesteckt haben Weil bis zu diesem Zeitpunkt war ich halt Tanztrainer Habe Tanzen unterrichtet, war bei Let's Dance Aber da war jetzt noch nicht was mit großen eigenen Firmen und Unternehmungen Und dementsprechend, ja, muss ich wirklich sagen War das ein sehr spannender Triggerpunkt sozusagen mit Carmen Der mich dann dazu gebracht hat Und dafür bin ich auch sehr dankbar Weil es ist echt schön, wenn man etwas erschafft Und man hat dann nach vielen Jahren dieses Feedback Dass das, was du dir damals ausgedacht hast Hat andere Leute dazu gebracht Ihr Leben zu verändern oder ihr Leben zu verbessern Und hat Menschen zusammengeführt, die jetzt Freunde sind Die Urlaube miteinander verbringen Die auch sonst viel miteinander teilen Die sich gegenseitig unterstützen Und ja, an all solche Dinge denkt man am Anfang nicht Und umso schöner ist es natürlich, wenn es dann so ist Und ja, also Dance It ist letztendlich entstanden Aus meinen Ideen und den Motivationen natürlich Natürlich auch, wie ihr gerade gehört habt Aber eben aus meinen Ideen Wie habe ich früher im Turniertanzen unterrichtet und trainiert Und wie trainiere ich bei Let's Dance meine Promis Und das gemixt mit ein bisschen Fitness fundierten Dingen Ja, daraus ist dann letztendlich die Dance It Idee entstanden Und ja, wie gesagt, bin ich sehr dankbar dafür Aber nach 2014 kam dann eben die Zeit Wo ich mich währenddessen, während dem Jahr Wo kein Let's Dance war, dann um Dance It Und die Entwicklung gekümmert habe Und aber im Jahr 2015 stand wieder eine neue Partnerin Auf dem Tablett sozusagen Und das war die wunderbare Enisa Armani Und Enisa war eine coole Zeit auch War sehr speziell in dem, wie wir diese Partnerschaft auch gelebt haben Ich fand, Enisa war wirklich toll Sie hatte dieses Bewegungsgefühl Also deshalb auch super coole Samba zum Beispiel Ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt Es gibt so die Gefühlstänzer und es gibt so die Strukturtänzer Und Enisa war so eine Gefühlstänzerin All diese Sachen wie Samba oder Jive oder solche Sachen Fand ich, da hat sie einfach ein Feeling dafür gehabt Und ich fand auch, dass sie sehr konstant war in die Tänze Ja, generell in allen Tänzen Also über die ganzen 10 Tänze plus Salsa und so weiter hinweg Und war eine wirklich intensive und tolle Zeit Und leider hat es dann zum Schluss Ja, ganz knapp irgendwie nicht gereicht Um ins Finale zu kommen Wir sind ja dann im Halbfinale quasi ausgeschieden Und das war übrigens das erste Jahr Wo der Impro-Dance eingeführt wurde So, und das müsst ihr euch so vorstellen Wir haben im Finale mussten wir tanzen Äh, im Halbfinale Im Halbfinale mussten wir tanzen Quickstep und damals noch Hip-Hop als Einzeldisziplin Wow, ich hab's geliebt Ja, also für ein Halbfinale sind das jetzt nicht unbedingt die Joker-Tänze Meiner Meinung nach Also zumindest ein Tanz, wo ein bisschen mehr Emotionalität drin ist Wäre schon gut gewesen Und dann halt noch den Impro-Dance Und ich weiß Hey, ich hab mir schon gedacht Also ganz sicher, da wurde ja noch nichts gelost und so weiter Und ich war mir sicher Hey, Cha-Cha-Cha war unser erster Tanz mit Enisa Und der war ziemlich cool, aber kann noch besser werden Und dann hab ich schon so eine Vorahnung gehabt Und wir haben eigentlich Cha-Cha ganz gut geübt und alles Aber davor war schon das Problem Wir haben Meiner Meinung nach, muss ich wirklich sagen Im Nachhinein auch zu Unrecht So ein bisschen schlechte Bewertungen von Mr. Lambi kassiert Ich glaub, wir hatten irgendwie 9, 9, 5 und 9, 8, 4 oder so Punkte Für unsere zwei Tänze Für den Quick-Step und den Hip-Hop Und da ist schon eine ziemlich weite Diskrepanz gewesen Und das hat so ein bisschen bei Enisa, glaub ich Den Mut und den Glauben so ein bisschen verloren Und dann hat sie echt was gemacht Was sie sonst nie irgendwie gemacht hat Sie hat gepanickt Ja, aber wie Und dann gehen wir da in diese Training-Session rein Da hatten wir 20 Minuten für den Impro-Dance Und ich muss wirklich sagen Wow Das waren mitunter die schlimmsten 20 Minuten Bei Let's Dance, die ich so erlebt hab Weil ich hab wirklich gesehen Wie die Panik hat sie Irgendwie dazu gebracht Überhaupt nichts mehr auf die Kette zu bekommen Und irgendwie Dinge, die wir eigentlich schon so abgesprochen hatten Dann Was machst du da? Warum? Ich so Du, wir machen doch nur das Was wir vorher schon abgesprochen hatten Aber irgendwie Da war halt der Drops schon gelutscht Da war so viel Anspannung drin Und ja Und dann ist es irgendwie Wenn es halt läuft, dann läuft es halt In dem Fall Wenn es halt nicht läuft Dann läuft es halt einfach auch nicht Und so war wirklich das Gefühl Dann kurz vor unserem Impro-Dance Ist ja dann noch der Stöckel abgebrochen Dann muss man noch panisch irgendwie nach neuen Schuhen suchen Und dann sind wir da Dann haben wir Vor uns hat damals der Hans Sarpay mit der Katrin Ihr erstes Jahr getanzt Und die hatten irgendwie auch einen geilen Song hier Ain't no mountain high enough und so Und auch cha-cha-cha Und wir im Hintergrund alles irgendwie schief gelaufen Backstage haben das irgendwie mitbekommen Und dann so, oh nein Und dann war es wirklich auch so Wie befürchtet Wir sind da auf die Fläche gegangen Haben diesen Cha-Cha Impro-Dance getanzt Und das war einfach nur Ein Krampf und Katastrophe Und aber für diesen Cha-Cha Impro-Dance Haben wir dann tatsächlich die meisten Punkte bekommen Wo ich heute noch sage Leute Ja Verstehe ich nicht Was war das Aber Ja Somit hat es dann leider auch nicht gereicht Und wir sind da knapp Ja Wahrscheinlich der 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 dann weitergekommen ist War dann eben der Steiner und Ikat Ja Und Ja So ist es Dann gelaufen War sehr schade Weil Ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Pasadobel Wo wir geendet haben Mit einer Gespielten Ohrfeige Und ich Und sie hat dann immer so Ja So So nicht durchgezogen Und ich hab mir dann nur gedacht Und ich hab dann Vor der Vor der Live-Performance Hab ich zu ihr gesagt Egal was Ich will dass du einfach Durchziehst Ja Könnt ihr euch auch Video anschauen Hat sie auch richtig gemacht Vielleicht Timing mäßig War es dann Ein bisschen zu energisch Und dementsprechend hab ich dann auch nicht schnell genug Mit meiner Backe Hier Das Ausweichmanöver gestartet Und ja Was soll ich sagen Boah Die Ohrfeige Hat richtig gesessen Und Das hat mich dann in dem Moment Ich mein Es hat dann gepasst Aber ich war in dem Moment Die hat mir da Die Die Ohrfeige meines Lebens verpasst Ja Und dann hab ich sie auch erst angeschaut Weil ich war dann kurz So richtig sauer Und dann Ja Okay Entweder Wir machen jetzt hier auf der Fläche Sofort den Infight Oder ich find's richtig cool Ich weiß nicht Ich hab mich dann für richtig cool entschieden Und muss sagen War Ist auf alle Fälle Ein Prägnanter Moment Gewesen Ja Also alles in allem Eine sehr Schöne Zeit Muss ich sagen Ich Find auch toll Dass Enisa So auch ein bisschen Die Die Kurve auch geschafft hat Auch international Einige Sachen zu machen Von daher Ein Gruß Geht auch an dich Raus Inisa Wir haben uns schon lange nicht mehr irgendwie gesprochen Oder gehört Aber An dieser Stelle Kann das ja mal gemacht werden Ja Dann waren wir jetzt 2015 Oder Und jetzt kommt 2016 Ja 2016 Meine Lieben War ein Sehr spezielles Jahr Ich würde sagen Ich würde sagen Ich hab im Jahr 2016 Mit einer Mit einer Wo ich Ja Ich glaub Sie dachte am Anfang mal Dass gar keiner ausscheidet Irgendwie die ganze Zeit Sie kam natürlich aus Amerika Kann man jetzt auch sagen Weiß ich nicht Hat das überhaupt gar nicht so richtig mitgekriegt Was hier in Deutschland Oder Europa so groß los war Kam hier nach langen Jahren Wo sie auch mehr oder weniger ein bisschen zurückgezogen war Aus dieser ganzen Medienlandschaft Und ich treff sie oft heute noch auf irgendwelchen Charity Veranstaltungen Oder sonst irgendwo Und Ist ja eine wahnsinnig intelligente Frau Die sich auch wirklich für viele Gute Themen einsetzt Für Für Kinder Auf der ganzen Welt Und so Also Unzählige tolle Dinge Cinema for Peace Oder so Und lauter solche Sachen Setzt sie sich ein Und Muss auch wirklich sagen Ja Dass ich sie danach auch noch mal ein bisschen entspannter Kennengelernt hab Und das Auch dankbar bin dafür Weil während der Zeit war das schon War das ein sehr sensibles Thema alles Und Und war Manchmal Auch wirklich Äh Ja War schon Ein kleiner Spießrutenlauf Weil Ich Ich war das auch so nicht gewohnt Mit so Mit so einem Star Der Muss man sich mal vorstellen Die war in den 80er Jahren War das die meist fotografierte Frau der Welt Ähm Die glaube ich Ich weiß gar nicht Ob die Ob es jemanden Jemals Jemals So rum Jemanden gab Der öfters auf Einer Vogue Und so Cover drauf Auf einem Vogue Cover drauf war Also Das sind alles so Sachen wo ich sage Jo Also viele Stars von diesem Kaliber Weltweit Stars Hatten wir Nicht Bei uns Ja Ähm Ja aber Das was sehr sehr schade war Ist Das Das Die Ja Wie soll ich das sagen Sie konnte es einfach nicht schaffen Das Tanzgefühl Was es Was sie wirklich hat Auf die Fläche zu bringen Also eigentlich ganz ähnlich Wie das Jahr davor mit Carmen Äh Quatsch Zwei Jahre zuvor mit Carmen Ähm Ja nur auf eine ganz andere Art und Weise Also Die Nastasja hatte wirklich ein ganz ganz tolles Gefühl Und Sensibilität für Musik Aber davon war halt Ja in der Sendung Da war zu viel Nervosität Das war Das war auch so Auf eine ganz andere Art und Weise Wie das die Carmen erlebt hat Und ich auch mit Carmen erlebt habe Habe ich das aber mindestens genauso Oder auf einem ähnlichen Level Mit Nastasja erlebt Und das Sowas tut immer Sowas tut immer weh Weil man Möchte ja das Beste Für seine Schützlinge Und Ja Und dann zu sehen Dass die nicht so performen können Einfach Das Ja ist schon schmerzlich Muss ich schon wirklich sagen Und Ich war aber unglaublich neidisch Auf Nastasja Weil Sie hat etwas gemacht Ich habe Nicht viele Idole In diesem Sinne Im Im Tanzen Aber wenn ich ein Wirkliches Idol habe Wo ich sage Das finde ich wirklich absolut Genial Über alle Zeiten hinweg Dann ist es Gene Kelly Und sie hat tatsächlich Anscheinend Für ein Filmprojekt Das sie damals gemacht hat Noch Wirklich Unterricht damals gehabt Bei Gene Kelly Und Über diese Erlebnisse Und so Muss ich schon sagen Da war ich Da war ich schon sehr neidisch Das hätte ich schon Ja hätte ich auch gemacht Muss ich wirklich sagen Weil für mich hat Gene Kelly Die damals Vielleicht noch anders Ähnlich wie Fred Astaire Aber auf einem Bisschen Ich fand Gene Kelly Immer so ein bisschen Cooler als Fred Astaire Das war Der war so ein bisschen Der Der coolere Typ Für mich Fred Astaire war halt so Der Der absolute Und so dieser Schneeke Gentleman Und so Und Gene Kelly War für mich Einfach so dieser Dieser Typ Der einfach So vor Energie Und Esprit Und aber auch Kreativität Was er alles Damals schon auch Umgesetzt hat Auch quasi Auch hinter der Kamera Als Ideengeber Als Choreograf Mit Choreograf War wirklich Sind Dinge Die Die sieht man heute Teilweise nicht mehr Weil die damals So toll umgesetzt wurden Und dieser Ideenreichtum Wirklich toll Dementsprechend Ja Das war Auf alle Fälle Ein besonderes Jahr Gefolgt Von Einem Wieder einem Sehr besonderen Jahr Muss ich wirklich sagen 2017 Dann fast Genau das Gegenteilige Erlebnis Zu 2016 Mit Nastassia Dann mit Der Vanessa Mai Und Ja da Das war Ein Tanz Jahr Für mich Vom Ja mit Vom Feinsten Muss ich wirklich sagen Weil Man hat ja oft So viele Ideen Die man im Kopf hat Aber Wenn du dann nicht Die richtige Partnerin hast Und damit meine ich Oft hat man eine Partnerin Die ist sehr talentiert Aber die Die trauen sich dann Bestimmte Dinge nicht Oder Oder trauen sich Erstmal nicht zu Oder Oder sind dann Haben Angst vor vielen Dingen Aber nicht so Vanessa Fucking Mai Das meine ich wirklich Im besten Sinne Wie ich es hier sage Vanessa war Wirklich fast Furchtlos So ungefähr Wenn ich ihr gesagt habe Hey Du läufst jetzt hier mit Vor dem Karacho an Drehst dich Springst mich an Und dann fange ich dich Auf und wirbele dich Da nach oben Und Ja So ungefähr Dann bin ich zwei Meter Weg von ihr gegangen Drehe mich um Und sehe sie schon anlaufen Obwohl da noch gar nichts Irgendwie klar war Das war Für mich so ein bisschen Das Gefühl Mit Vanessa Und Ja Es war ein Echt ein wilder Ritt Ich glaube von Von anfänglich Erstmal so ein So ein Beschnuppern Wo wir beide Nicht so recht Wussten Was wir voneinander Haben Ich glaube Vanessa war auch Am Anfang Ein bisschen so Dass sie gesagt hat Na Alles so ein bisschen Mit Abstand Weil auch in der In der Schlagerbranche Da mit irgendwelchen Gerüchten und so Da wollte sie ja gar Nichts damit zu tun Und deshalb habe ich Immer am Anfang So die Die ersten 14 Tage Habe ich immer so So ein Gefühl gehabt So ja Bloß nicht Bloß nicht Irgendwie Jetzt hier übertreiben Und und so Und ich habe mir nur gedacht Naja Wart mal ab Das Tanzen Kriegt dich schon noch Und so war es Ich würde sagen Spätestens In Woche zwei Also in Show zwei War War der War der Drops gelutscht Dann war sie da drin Und hat auch Spaß gehabt Und Ja mit Vanessa Habe ich Für mich wirklich Ganz ganz viele Ideen Die ich Vielleicht auch schon Teilweise länger Mit mir rumschleppe Mal umsetzen können Und Wir waren beide So Wir waren beide Crazy Dance Maniacs Sage ich jetzt mal Und Das hat einfach Spaß gemacht Also bei uns gab es ja In unseren neun Zehn Stunden Training Gab es Wir haben das Bananenpause genannt Weil das war Eine Banane Ein Kaffee Und dann noch kurz Frische Luft Schnappen draußen Und Weiter geht's Weil wir aber auch Einfach Bock hatten Es hat auch Spaß Gemacht Wir wollten Was Was Besonderes zeigen Weil Wir haben angefangen Mit einem Cha-Cha-Cha Hier Mit 29 Punkten Don't be so shy Das war auch so gleich Das war vielleicht auch gleich Interessant So die Die erste Erfahrung War ja eher so Vanessa eher so ein bisschen So Schauen wir mal Erstmal Was das da überhaupt ist Und so Und Dann kriegen wir Don't be so shy Und mir war klar Ich hab zu ihr gesagt Naja Bei dem Lied Du weißt schon Was da ein bisschen Die Erwartungshaltung ist Die ist halt so ein bisschen Leg dich hin Ja Aber Ja Es war Auf alle Fälle tricky Aber ich bin super froh Weil ich Ich fand War ein super cooler Einstand Und wie gesagt 29 Punkte Aber Hab ich gesagt Vanessa We Have A problem Weil Es gibt eigentlich nur noch Ein Punkt Steigerungspotenzial Nach oben Und Ja Aber jede Menge Fallhöhe Und wir sind erstmal Jetzt In Show 1 Gehen auf Show 2 zu Das heißt Wir Wenn du Wenn wir wirklich Das durchziehen wollen Und auch eine Chance haben Wollen zu gewinnen Was sich irgendwie Komisch anhört Für das Dass man denkt Man startet so stark Müssen wir wirklich Jede Woche Irgendwas bringen Entweder wir machen Irgendwas spektakuläres Was bis dahin Noch nicht da war Oder wir Wir drehen den Schwierigkeitsgrad so hoch Dass Dass es besonders ist Sodass wir jede Woche Irgendwie Was bieten Was zeigen Nicht so Ja haben wir schon erwartet So Ja Das war War mir wirklich wichtig Und da bin ich super froh Weil sie war dann genauso So ein Geisteskranker wie ich Und Aber mit Wir hatten so viel Spaß Das durchzuziehen Und da muss ich wirklich sagen Das war einfach Auch für mich Dann Eine besondere Erfahrung Nochmal Auch nochmal Auf Eine andere Art und Weise Wie ich das davor Auch schon erlebt habe Auch mit anderen Partnerinnen Und Ja Letztendlich Da waren so viele Tänze dabei Von Ja Der Passe Dobel Für mich Von einer Frau Meine persönliche Meinung Natürlich habe ich in mir getanzt Aber Ich glaube ich würde es auch sagen Wenn es Wenn ich nicht Der Partner gewesen wäre Für mich Der beste Passe Dobel Der von einer Frau getanzt wurde Einfach weil Da alles gepasst hat Der Anspruch Die Positionen Aber auch Die Geschmeidigkeit In der Bewegung Fand ich wirklich toll Also Ja Ist immer noch so Da stehe ich auch dazu Aber natürlich Die Salsa der Nation Haben wir damals auch getanzt Hat auch Spaß gemacht Das war eine Salsa Die eher so In die In diese Richtung Show Salsa geht Ja Und Ja Hat Viele Oder unser Contemporary Auch was Oh Gott Contemporary Ich sage euch Leute Ich glaube ich habe noch nie So viele blaue Flecken In meinem Leben An meinem Körper gehabt Wie nach der Contemporary Trainingswoche Das Problem an so Ich meine Als Latein und Standardtänzer Ich rutsche auch nicht Die ganze Zeit auf dem Boden rum Und Wenn man was Übt Und so weiter Mit diesem Boden Ja Der Boden Wird Nicht weicher Wenn man es 20. Mal Mit seinem Ellbogen Dagegen kracht Musste ich wirklich feststellen Und Das Problem ist Jeder kleine Knochen Der irgendwie aus dem Körper ragt Wird dann da In Mitleidenschaft gezogen Aber Es hat einfach tierisch Spaß gemacht Und Ja Ich hätte ihr Sehr 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 Den Sieg gegönnt Muss ich wirklich auch sagen Mir natürlich auch Aber Ihr auch wirklich Weil ich glaube Sie hätte es verdient gehabt Aber Da Das war Das Jahr von Gil Oferim In dem Sinne Dass Da konntest du fast machen Was du willst Im Nachhinein muss ich sagen Sehen das vielleicht Manche Leute auch anders Aber damals Haben ihn alle vergöttert Und Damit muss man dann Eigentlich Leben Und wenn ich ganz ehrlich bin Wir wussten das beide Und ich habe es ihr dann auch Irgendwann gesagt Ich habe gesagt Vanessa Wir werden das Ding Wahrscheinlich nicht Gewinnen Weil Ja Das war einfach mein Gefühl So wie die ganze Dynamik Von so einer Sendung ist Und Ich muss sagen Sie hat auch ein bisschen Nerven gezeigt Dann Im Halbfinale Und Finale Und Aber das War auch Menschlich Aber ich fand zum Beispiel Den Final Freestyle Zorro Da erinnere ich mich auch Wahnsinnig gerne dran Eine Musik Die ich absolut liebe Dieses Thema Ja das war für mich So ein richtiges Best of Von den Dingen Die wir Gut gemacht haben Die uns ausgemacht haben Die uns Kämpferisch Gezeigt haben Von daher wirklich Eine ganz ganz tolle Sache Und ich Mich freu jetzt Dass Vanessa Glaube ich schon Auch was davon mitnehmen konnte Von dieser Let's Dance Zeit Noch Für ihre Bühnenpräsenz Heute Noch für ihre Sicherheit Sie hatte auch sehr viel Tanz Dann bei sich selbst Auch in den Shows gehabt Und Ja bin ich froh Ein kleiner Teil Gewesen zu sein Und Freue mich auch Dass sie jetzt auch So gut Im Geschäft quasi ist Kommen wir zu 2018 Eine wunderbare Frau Mit der ich Auch noch Wirklich Gott sei Dank Auch mehr Kontakt habe Und zwar Iris Mareike Steen Und die Iris Ist einfach So eine coole Socke Ich freue mich Sie wird auch Bald mal Hier bei einem Podcast Sein Wann Wie genau Das werde ich Ich werde die Ja noch sehen Aber Ich werde sie Auf alle Fälle Sehr bald schon In meinem Podcast Haben Und da freue ich mich Auch schon sehr drauf Auf das Gespräch Und Mit Iris War es so Es war Ein unglaubliches Lehrstück Für mich Und Ich habe da sehr sehr viel gelernt Iris war sicherlich nicht Meine talentierteste Partnerin Ja Aber Sie war Sie war Meiner Meinung nach Durchgehend besser Als das Wie sie bewertet wurde Und Sie hat So ein tolles Verständnis Von Musik gehabt Und Im Vergleich zu Vielen anderen Kandidaten War da Takt Und Rhythmus Nie So ein Problem Weil sie wirklich Ein tolles Gefühl hatte Und Man muss sich das vorstellen Und da kenne ich Wirklich nicht viele Die das so Auch machen mussten Iris war Quasi Fast jeden Trainingstag Den wir hatten Oder eigentlich Jeder Trainingstag Ist sie um 6 Uhr Irgendwas aufgestanden Ist nach Potsdam In die GZSZ Maske gefahren Ist dann da Geschminkt worden Hat dann irgendwie Bis 15 16 Uhr gedreht Ist dann Zu mir ins Training Gefahren Haben Und dann haben wir Von 17 Bis 23 Uhr Oder so trainiert Und dann Danach hat sie wahrscheinlich Noch ihren Text gelernt Und sonst irgendwas Und dann am nächsten Morgen Wieder 6 Uhr Irgendwas aufstehen Also das muss man sich Mal vorstellen Und das hat sie Wirklich Monate Ich meine wir waren Im Viertelfinale So wie ich mich erinnere Weil dann auch noch Jemand anders ausgefallen ist Das war damals Der Bela Klenze genau Und das über Monate hinweg Und Das war so eine Krasse Belastung Für sie Ich meine sie kam Oft schon ins Training Ich habe mir nur gesagt Oh Gott hey Was Die Arme Das hat mir so Das hat mir so Leid getan Und weh getan Weil ich Man fühlt sich dann Irgendwie ständig Als würde man Dann die Person Fast schon misshandeln Ja weil man die ja Zu irgendwas bringt Aber sie wollte es ja auch Weil sie hat es Sie hat es ja auch Wirklich geliebt Und das muss ich wirklich sagen Ich habe so einen Brutalen Respekt vor ihr Und sie ist Sie ist so ein Positiver Mensch Der Der trotz allem Was irgendwie Auf sie geworfen wurde Da nicht aufgegeben hat Und das durchgezogen hat Und ich finde Wir haben ein paar So schöne Tänze gehabt Und wie gesagt Für mich chronisch Unterbewertet gewesen Wenn ich Auch wenn ich es mir Das jetzt heute nochmal angucke Was ich teilweise Auch mal gemacht habe Immer wieder mal reinschaue Damit man so ein bisschen Eine Relation bekommt Muss ich wirklich sagen Das fand ich schade Weil Oft hat sie So So fiese Kommentare Und so Takt Los Sorry dass ich das so sagen muss Aber so empfinde ich es Taktlose Kommentare bekommen Wo Wo man dann so einen Menschen Der eigentlich so positiv ist Und so viel Eigentlich opfert Um da Das machen zu können Erstmal wieder irgendwie Drei Tage aufbauen muss Dass die dann Bock hat Tatsächlich Und den Mut hat Sich am Mittwoch Wieder dem Ganzen zu stellen Und da muss ich sagen Da war ich Deshalb habe ich am Anfang gesagt Da habe ich auch viel gelernt Weil da musste ich Meinen persönlichen Zorn Muss ich da schon fast sagen Musste ich wirklich Zügeln Und musste ich Musste mich selber Wirklich lernen Oft zu beherrschen Weil Ich habe es auch schon mal An anderer Stelle gesagt Ich fühle mich verantwortlich Für die Dame Mit der ich da tanze Und Aber auch verantwortlich Dafür Dass ich nicht möchte Dass wenn ich Irgendwie unüberlegt Handle Dass das Negativ für meine Partnerin Sich auswirkt Und das ist ein Gradmesser Weil gerade Meine Kurze Lunte Wenn ich dann eine habe Die ist eher In dieser Richtung Dass ich sage Wenn Menschen Die mir viel bedeuten Die ich gerne mag Oder die mir In gewisser Weise Schutz befohlen sind Auf eine gewisse Art Und Weise Wenn die ungerecht Oder Noch schlimmer Sogar Irgendwie Angegangen werden So habe ich mich ständig Gefühlt Ich war Also Wenn ich da auch In so Videos Reingucke Wo ich vor der Jury Bei der Jury Bewertung Und ich Meine Gedanken Kenne Ich sage mal Die Gedanken Die dürfte ich jetzt Hier nicht Aussprechen Ja Was ich mir da schon In meinem In meinem Kopf Ausgemalt habe Was ich Was ich da gleich mache Naja Aber man ist auch Sehr emotional Während so einer Let's Dance Staffel Und das kommt Natürlich da noch Mit dazu Aber alles in allem Ich bin so froh Dass ich Iris Auch heute noch Eine Freundin Nennen darf Und ja Ist eine sehr schöne Zeit Aber mehr dazu Hört ihr dann schon Bald Auch mal in ihren Eigenen Worten Ja Dann kommen wir Nämlich schon Zu einem Zu einem Sehr schönen Weiteren Jahr Nämlich mit Nazan Eckes Also mit Nazan Das war auch Ein wilder Ritt Jeder glaubt Hatte am Anfang Glaubt Nazan Weil sie das Schon mal Irgendwann Moderiert hat Zehn Jahre Oder 15 Jahre Davor So ungefähr Muss die Automatisch Das perfekt Tanzen können Aber Dem war Nicht so Aber ich wusste Nazan hat schon Gespür Und hat ein Gefühl Aber Was Nazan Auch hat Ist ein Riesen Quadratschädel Also was meine ich Damit Sie ist halt So verkopft Sie wollte das So gut machen Sie hat sich Selber So viel Druck Gemacht Es gut Zu machen Das ist dann Oft in der Show Und ich habe Ja auch im Training Das schon So oft Gesehen Wie cool Das sein Könnte Und so Das ist dann Wirklich Aber in der Show War immer Irgendwas Dann dies Dann Blackout Dann da Was vergessen Dann da Zu verkrampft gewesen Und Dann Dann dachte ich Immer so Ja Okay Das war dann Immer auch Okay Und dann kam Natürlich auch Das Feedback War immer so Ja war schon gut Aber Und das hat So genagt An ihr Und ich dachte Mir dann Irgendwie so In der vierten Woche dachte ich mir Oh cool Jetzt kommt dieser Tanz Das ist jetzt Unser Durchbruch Okay Jetzt Woche 5 Die Salsa Das ist jetzt Unser Durchbruch Wieder nicht Und Oh Gott Und ich habe Wirklich schon gedacht Und ich dachte mir So Also So ein bisschen Ein Bonus Haben wir vielleicht Bei den Zuschauern Ja Aber jetzt Bald Muss man Muss die Schallmauer Da durchbrochen werden Ansonsten wird es Wirklich schwierig Und dann muss ich sagen Kam ein Tanz Weil sie hatte Oft das Problem Wenn Dinge Irgendwie Wenn sie zu viel Zeit Hatte zu überlegen Dann war halt immer Ihr Ja Wenn sie überhaupt Zeit hatte zu überlegen Dann war Kopf Links rechts Links rechts Und dann Wenn man sich Diese Frage ständig stellt Dann ist es schon vorbei Weil dann kommt Man muss den Körper Entscheiden lassen Bei solchen Sachen Weil man hat es Oft genug gemacht Und wenn man sich Da darauf verlässt Dann macht man zu 95% das Richtige Aber wenn man dem Kopf Plötzlich eine Entscheidung Überlässt Dann ist es eine 50-50 Chance Und das war leider Ganz oft so bei ihr Und ich glaube Bei ihr ist es auch so Sie war als Moderatorin Das so gewohnt Oder auch als Speakerin Wenn du jetzt Irgendwas hast Du musst über irgendwas Bestimmtes reden Ich sage jetzt einfach Nur exemplarisch Du sollst irgendwo Kommt die Banane vor Wir kennen sie ja Von Jorge Und dann hast du Die Banane vergessen So Was man jetzt Als Moderator Oder als Sprecher Macht ist Man nimmt einfach Dann die Banane Gedanklich In die Parkposition Und baut sie halt Dann ein Wenn das nächste Mal Die Chance Für die Banane ist So beim Tanzen Bei so einer Tanzchoreo Funktioniert das aber so nicht Entweder Die Banane ist da Wo sie hingehört Oder Es hat nie Eine Banane gegeben Ja Und so muss man das Irgendwie sehen Weil wenn du eine Figur Vergessen hast Oder irgendwas Falsch gelaufen ist Dann ist das In der Vergangenheit Tanzen ist nur immer Das was gerade passiert Und das ist das Was wichtig ist Ja aber so Dass wir das verstanden haben Bis sie das auch verstanden hat Und dafür hat es dann Ein Tanz gebraucht Nämlich den Charleston Der Charleston Der war schnell Und ich dachte mir Okay Wir probieren es jetzt Einfach mal so Wir machen einfach mal Einen schnellen Tanz Auch noch so schnell Und crazy Dass einfach dieses Hirn Keine Chance hat Sich irgendwie Zu Wort zu melden Und was soll ich sagen Ich glaube Es war geil Was soll ich sagen Ja Es war einfach Hammer Aber ich glaube Um das Da war ich schon wieder Einen gedanklichen Schritt weiter Ich glaube Was da eben auch Noch geholfen hat Ist dass sie In eine andere Rolle geschlüpft ist Weil wir ganz bewusst Gemacht haben Okay Charleston ist so ein bisschen Crazy So ein bisschen Over the top Und dann konnte sie So ein bisschen So nicht Sie selbst sein Und dann ist es Vielleicht auch nicht So schlimm Ich sage mal Das hilft ja vielen Wenn man in eine andere Rolle schlüpft Dass man dann irgendwie Mehr aus sich rauskommt Und lockerer wird Und da hat es Auf alle Fälle geholfen Und das war für mich So der Entscheidende Klickmoment Und von da ab Ging es wirklich Sehr sehr viel besser Und Ja es war Eine super schöne Staffel Mit coolen Typen Auch Pommes war da ja Auch mit dabei Und Ja ich denke mal In vielen anderen Staffeln Hätten wir es da Wahrscheinlich auch Tatsächlich Ins Ins Finale Geschafft Wir waren dann im Halbfinale Wieder Mal wieder Muss ich sagen Jetzt an meiner Stelle Und Obwohl wir wirklich Auch im Halbfinale Glaube ich sogar Als Zweitbeste Abgeschnitten haben Punktemäßig Hat es nicht gereicht Weil Ja Das war damals Der Benjamin Pivko Und auch Pommes Der super beliebt war Und der zum Schluss Dann gewonnen hat Und eine Ella endlich Die natürlich Schon sehr sehr gut Getanzt hat Und ja Deshalb war das Leider ein bisschen Unglücklich Und Aber auch Ein Tanz der mir Mit ihr dann sonst Noch auch im Gedächtnis geblieben ist Ist natürlich unser Azzodoble Zu Malagenia Also auch Sehr cool Deshalb Alles in allem Wirklich eine tolle Eine tolle Staffel Und Dann kam leider Eine Zeit Die Vor allem von Einem geprägt war Nämlich von Corona Und Jetzt mal Unabhängig von Meinen Partnerinnen Muss ich wirklich sagen Für mich war Diese Corona Zeit Hat Schon Sehr sehr viel Von dem Weggenommen Was Let's Dance Für mich Vor allem Nach so vielen Jahren Wo man das schon Gemacht hat Eigentlich zu dem Macht Oder zu dem Macht Warum ich das Auch immer noch Mache Nämlich auch Das ganze Drumherum Mit meinen Kollegen Mit Mit der Interaktion Mit den Anderen Promis In den Gängen Da irgendwie Auch was Den Austausch Ich Liebe das Und ich Brauche das Auch irgendwie In dieser Zeit Weil man Ist ja auch Komplett weg Von zu Hause Hockt irgendwo Im Hotel Dann rum Und das muss ich Sagen Das war Während der Corona Zeit Schon Wirklich Ein Graus Hat Nicht In der Art und Weise Spaß gemacht Weil ich Viele Von diesen Interaktionen Von dieser Lockerheit Hat gefehlt Und du Sitzt Aber Dann Trotzdem Du Gehst ins Training Gehst Zurück ins Hotel Muss Dein Essen Auch Im Hotelzimmer Essen Oder Während Den Proben Selbst Während den Proben Dann Muss Jeder Irgendwie Sitzt Auch In seinem eigenen Zimmerchen Oder An Abgeschotteten Tischen Voneinander Also Das war Wirklich Schwierige Schwieriges Setup Finde Ich Aber Ich Finde Toll Dass Wir Durchgezogen Haben Auch Ohne Publikum Das ist Eigentlich Mein Lebensblut Das hat sich Für mich Immer So Angefühlt Auch Während Der Live Sendung Wie Noch Bei der General Probe Und Das ist Für Jemanden Wie Mich Der So Ein Performer Ist Alter War Das Dann Nicht So Cool Auch Ja Also Als Gesamt Konzept Das Ist Dann Schon Ein Bisschen Dann Werden Die Wochen Und Monate Auch Echt Lang Die Man Da Verbringt Ich Meine Die Zeit Jetzt Während Corona War Jetzt Auch Nicht Unbedingt Meine Glanz Zeit Wenn Man Das So Von Rein den Ergebnissen Erstmal Einfach Sieht Aber Auch Auch So Schwierige Zeit Aber 2020 Kam Erstmal Laura Müller Und Ich Muss Sagen Ja Ich Glaube Ich Will Jetzt In Anbetracht Der Ganzen Situation Wie sie Jetzt Gar Nicht So viel Darüber Sagen Aber Ich Kann Nur Sagen Laura Ist Eigentlich So Wie Ich Sie Kennengelernt Hab Ist Ein Liebes Mädel Die Ja Warum Auch Immer Hier Mit Dem Lieben Ja Dem Unaussprechlichen Namen Ihr wisst Alle Um Wen Es Geht Den Großen W Den Großen W Zusammen Ist Und Ja Schade Ist Laura Müller War Für Mich Die Talentierteste Dame Mit Der Ich Jemals Getanzt Hab Das Wird Euch Jetzt Vielleicht Überraschen Aber Ich Kann Euch Sagen So War Selbst Eine Vanessa Mai Hat Wirklich Einige Zeit Gebraucht Um Sich Diese Choreos Zu Merken Eine Laura Müller Wir Haben Nicht Viel Trainiert Muss Man Ganz ehrlich Sagen Ich Glaube So Wenig Trainiert Habe Ich Auch Nie In meinem Leben Sie Wollte Einfach Nicht Mehr Und Das Muss man auch Muss man dann Respektieren Aber So Am Sonntag Am Sonntag Haben Wir Uns Getroffen Dann Haben Wir So Anderthalb Stunden Die Choreo Gemacht Und Die Hat Sie Dann Auch Gelernt In Anderthalb Stunden Und Ja Irgendwie Der Rest Der Woche Leider Leider Weil Es Hätte So Gut Sein Können Leute Es Hätte So Wahnsinnig Gut Sein Können Aber Den Rest Der Woche Haben Wir Einfach Nur Mit Verbracht Das Irgendwie Zu Konservieren Bis Freitag Und That's It Ja Deshalb Sehr Schade Aber Wie gesagt Ich Hab Persönlich Mit Laura Wirklich Eine Gute Zeit Gehabt Ja Diese Corona Zeit War Dann Am Anfang Vor allem Für Alle Aber Ich Sag mal Wir Wissen Ja Wo Es Mit dem W Dann Hingegangen Ist Dem Dementsprechend Ja Was soll Ich Dazu Dann Noch Sagen Naja Aber Dann War Das Trotzdem Glaube Ich Wir Waren Dann Irgendwie In Show 8 Oder So War Dann Trotzdem Ende Was Dann Auch Irgendwie Verständlich Ist Weil Die Anderen Haben Einfach Mehr Gas Gegeben Und Dann Ist Irgendwann Ende Gelände Und Muss Man Ganz ehrlicherweise Auch Sagen Das Finde Ich Dann Auch Gerechtfertigt Und Gut Aber Schade Super Super Schade Weil Ich Glaube Die Hätte Sogar Gewinnen Können Meiner Meinung Nach Vom Tanzen Her Aber Da Hätte Man Einfach Richtig Trainieren Müssen Und Ja Dann Kommen Wir Schon Zum Jahr 2021 Und Das War Auch Wieder Ein Sehr Spezielles Jahr Mit Der Lieben Lola Weipert Also Die Lola Hat Ja Eine Riesen Energie Und Ist Ja So Ein Absolutes Bündel Ja Sowohl Der Mund Als Auch Alles Andere Ist Im Dauer Im Dauer Strom Ich Bin Schon Ganz Froh Dass Ich Sie Da So Fordern Konnte Dass ihr Das Doch Manchmal Etwas Ruhiger Wurde Aber Alles In allem Muss Ich Sagen Sehr Schade Irgendwie Haben Wir Es Nicht Geschafft Glaub Ich Das Bei Ihr Freizusetzen Was Sie Hätte Können Weil Ich Ich Hab Mich Ja Damals Für Sie Entschieden Weil Ich Was Gesehen Hab Weil Ich Mir Gedacht Hab Hey Das Ist Wirklich Da 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 Ist Eine Energie Dahinter Da Ist Willen Dahinter Und Ja Irgendwie Hat Es Dann Nicht Geschafft Ich Glaube Dann Hat Es Auch Irgendwann So Ein Bisschen Die Die Motivation Bei ihr Gebrochen Und Dann Ist Es Nicht Mehr So Gut Gelaufen Aber Wir Hatten Ein paar Richtig Coole Tänze Auch Sehr Witzigen Charleston Wieder Wo Ich Die Torte Zum Schluss Abbekommen Hab Und War Alles In allem Auch Eine Kandidatin Wo Ich Sag Es Tut Mir Auch Leid Ein Bisschen Für Sie Dass Wir Das Nicht Geschafft Haben So Ein Bisschen Diesen Drive Aber Ich Glaube Ja Da Man Merkt Manchmal Wenn Man Sie War Doch Einige Jahre Jünger Wie Ich Und Manche Dinge Geht Man Anders An Wenn Man Ein Bisschen Mehr Erfahrungen Hat Mit Bestimmten Dingen Und Ich Glaube Da Haben Manche Herangehensweisen Vielleicht Nicht Optimal Zueinander Gepasst Das Muss Ich Vielleicht Rückblickend Sagen Aber Das Muss Man Auch So Akzeptieren Wie Es Ist Und Ich Finde Schade Weil Ich Hätte Sie Hätte Noch Viel Mehr Potenzial Gehabt Und Ihre Reise Hätte Da Schon Noch Wesentlich Weiter Gehen Können Und Ja Aber Hätte Hätte Fahrerkette Hilft Alles Nichts Ich Freue Mich Für Sie Dass Es Bei Ihr Gut Läuft Dass Sie Wirklich Ihren Weg Da Auch Gefunden Hat Und Ja Und Ich Wünsche Natürlich Auch Weiterhin Viel Glück Mit allem Was Sie Die Leider Von Anfang An So Ein Bisschen Nicht Unter Dem Besten Stern War Weil Sie halt Ihre Probleme Hatte Mit dem Nacken Und Das Wirklich Schade War Weil Ich Glaube Schon Dass Sie Dass Sie Jemand Ist Der Da Auch Hätte Mehr Erzählen Können Der Die Chance Hätte Hätte Ja Da Noch Da Mehr Zu Zeigen Aber Ich Muss Ganz Ehrlich Sagen Ich habe Tiefen Respekt Vor Ihr Wenn Man Ihre Geschichte Die Ich Währenddessen Auch Erst Kennengelernt Habe Wenn Man Die Geschichte So Ein Bisschen Hört Von ihr Durch Was Sie Sich Alles Durchgekämpft Hat Und Dann Bleibt Mir Dann Wirklich Nur Zu Sagen Ja Mein Tiefster Respekt Dass Man Heute Dann Da Ist Wo Man Ist Wenn Man Hört Durch Welche Phasen Des Lebens Da Michelle Durchgegangen Ist Und Daher Mein Größter Respekt Aber Sehr Schade Ähnlich Wie Mit Hillo War Dann Eben Ein Yes Ende Glaube Ich Schon In Show Vier Oder So Oder Nach Show Drei Schon War Es Dann Auch Vorbei Ja Aber So ist Das Leben Manchmal Hat Nicht Sollen Sein Und Was Natürlich Hey Das Habe Ich Fast Schon Ganz Vergessen Was Dazwischen Natürlich Passiert Ist Wir Hatten Unsere Profi Challenge Die Habe Jetzt Total Vergessen Leute Ja Aber Wir Machen Es Mal Erst So Ich Mache Mal Kurz Fertig Und Dann Geht Es Zur Profi Challenge Also Dann 2023 Sharon Mit Sharon Batiste Auch Da Muss ich Sagen Das War So Eine Reihe Von Ähnlichen Erlebnissen Nee Das Stimmt Gar Nicht Ähnliche Erlebnisse Kann Man Überhaupt Nicht Sagen Eigentlich Waren Alle sehr Unterschiedlich Aber Leider Auch Da Irgendwie Es Nicht Geschafft Die Energie So Rüber Zu Transportieren Und Auch Das Was Sharon Konnte Nicht So Rüber Zu Transportieren Wie Es Eigentlich Glaube Ich Noch Möglich Gewesen Wäre Deshalb Ich Glaube Schon Dass Sie Es Hätte Schaffen Können Es Ganz Nach Vorne Zu Gehen Und Weit zu Kommen Ob Man Gewinnt Oder nicht Ich Rede Ja Nie Vom Gewinn Aber Zumindest Mal Einfach Vom Finale Hätte Ich Schon Chancen Eingeräumt Aber Es War Dann Einfach Wenn Einmal Eine Dynamik So Eine Gewisse Richtung Nimmt Dann Ist Es Ganz Schwer Während So einer Show Dann Da Noch Was Umzurudern Und Dementsprechend War Es Wirklich Eine Sehr Lehrreiche Und Spannende Zeit Und Ich Muss Sagen Sharon Hat Trotzdem Ein paar Tänze Gehabt Wo Ich Sag Die Waren Wirklich Super Super Genial Also Die Rumba Die Ich Ja Leider Nicht Mit Ihr Getanzt Hab Aber Auch Die Salsa Die Wir Unseren Salsa Marathon Den Wir Getanzt Haben Oder Die Bacata Geschichte Ich Fand Tatsächlich Auch Einige Andere Tänze Die Wir Getanzt Haben Besser Viel Besser Als Wie Sie Bewertet Wurden Das War So Ein Thema Das Mich Generell So Ein Bisschen Mit Sharon Ja Verfolgt Hat Muss Ich Ganz Ehrlich Sagen Aber Es War Eine Sehr Spannende Zeit Leider Eben Auch Mit Sharon Ein Bisschen Zu Früh Zu Ende Und Es War Die Erste Staffel Wieder So Ein Bisschen Ohne Corona Und Mit Live Publikum Das War Schon Auf Alle Fälle Sehr Sehr Gut Und Hat Sehr Viel Spaß gemacht Das Wieder Zu Machen Oder Wann Bin ich Da Falsch Gepolt 2022 Hatten Wir Glaube Ich Noch Nicht Wirklich Publikum Oder Nur Zum Schluss Oder So Aber 2023 Auf alle Fälle Mit Live Publikum Alles Wieder Drum Und dran Das War nochmal Schön Für mich Das So Zu Erleben Ich Muss Ganz ehrlich Sagen Wir sind Schon echt wieder Lang unterwegs Deshalb mache Ich glaube Ich Meine Erfahrungen mit meinen Damen im Für die Profi Challenge Versuche ich einfach mal live im Interview zu machen Das ist doch eigentlich viel geiler Warum nicht gleich so mit den entsprechenden Damen und sage jetzt vielen vielen Dank Ich hoffe es war spannend ein wenig lustig ein wenig unterhaltsam für euch zuzuhören über meinen meinen Schwelgen in alten Erinnerungen und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk About Dance Hey wenn euch das gefällt egal auf welcher Plattform abonniert die jeweilige Plattform wenn ihr es auf YouTube guckt gebt mir einen Daumen nach oben das hilft teilt das Ganze wenn ihr wollt kommentiert und ja ganz wichtig damit unterstützt ihr mich meinen Kanal und das geht wirklich eine große Meile wenn ihr das macht deshalb vielen Dank dafür auch bisher für alles und bis zum nächsten Mal und dann